Hallo ihr Lieben, ich bin's die Laura und heute habe ich ein neues Video für euch und zwar bin ich in Bamberg und was ich da genau mache, ich schaue mir die Whitney Houston Show an natürlich nicht die echte Popdiebe Whitney Houston, die ja leider 2012 verstorben ist sondern Belinda Davids, Belinda Davids soll angeblich so ähnlich wie Whitney Houston singen und auch so ähnlich aussehen, dann dachte ich mir, naja, gehe ich mal auf das Konzert und schaue es mir an und ja, ich werde natürlich ganz viele Bilder und Videos machen und werde sie euch dann hochladen viel Spaß, ciao! whatever you want whatever you can anything you want baby i'll do it naturally even Dad Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me, it's all in me. Oh, it's all in me. under Documentation Untertitelung